Wildcard. Irgendwann haben wir einen Wildcard-Gewinner und dann ist er da. Die 7 vs. Wildcard ist ja komplett wild. Anik, hat er sich nicht dafür auch bewerben wollen? Ich glaube, der hat kein Video gemacht. Hast du den irgendwann mal gesehen die letzten paar Monate? Nein, überhaupt nicht. Er ist ja noch im Wald verschollen. Ja? Sollen wir suchen? Ja, gehen wir suchen. Okay. Warte. Wow. Siehst du das? The fuck. Anik? Anik? Was machst du da? Ich trainier für die 6 vs. Wildcard. Anik, das ist die 7 vs. Wildcard. Und das ist schon vier Monate vorbei. Ja. Ich... Ich habe mich sehr wurscht. Ah. Ja, was. Schaut's mir mal das an. Was? Dein Ring. Seht ihr die Dose da? Naja. Jetzt. Passt auf. Janik, jetzt lass mal gut sein. Janik, die 7 vs. Wildcard hat dich schon lange vergeben. Die zweite Staffel hat schon angefangen. Warte ich alle auf die zweite Staffel. Janik, hörst du dir selber zu? Bist du die Garte auf die zweite Staffel? Bist du... Bist du die ganze Zeit da? Vielleicht die 7 vs. Wildcard announced wurde da? Ja, siehst du das nicht? What the fuck? Was? Ja, Anik. Was? Okay. Oh shit Leute! Was? What the fuck? Ich zeige euch jetzt was. Das ist meine Freundin. Sie Glinde. Das ist deine Freundin? Ja. Das ist ein Baum. Nein, da schau. Seid's nicht, sagt's Hallo. Hallo. Ich will da was sagen. Habt sie geheiratet? Nein, aber wir sind verlobt und sie ist schwanger. Wie sehen wir, dass dieser Baum schwanger ist? Hast du den Hubbel da? Ja. Das ist ihr Bauch. Da ist das Kind drin. Wie kommt das dann raus? Da. Da kommt's raus. Und wir haben als Groot getauft. Jesus, Janik. Ja. Dir geht's echt nicht mehr gut, oder? Doch. Nein, lass mich! Lass mich! Lass mich! Sie Glinde! Sie Glinde! Sie Glinde! Sie Glinde! Es war so schön mit dir. Oh mein Gott. Wie hat der Fuck? Janik, da ist eine Straße. Ja, ich seh's gerade. Was? Ich bin nicht weiter als bis zu den Baum da gegangen. Und du hast die Straße nicht gesehen? Nein. Janik, was ist da? Was ist das? Janik, da steht dein Auto. Ah, so daher hab ich's geparkt. Alter, Janik. Janik, ich hab dein Ersatzschlüssel. Das funktioniert sogar. Janik, der Grund, warum du hier bist, ist Semmelwurzwein. Semmelwurzwein ist schon lange vorbei. Six versus Wald. Nein, Semmelwurzwein. Die zweite Staffel ist schon draußen, Janik. Dann warte ich auf die dritte. Die dritte wird's nicht geben. Doch. Nein. Bin ich mir ziemlich sicher. Fritzmeinike hat gesagt, dass es keine dritte geben wird. Ich sag dir das mal. Was, Fritzmeinike. Es wird eine dritte Staffel geben. Sonst komm ich zu dir nach Hause und küsse dich. Mit Sie Glinde. Sie Glinde wirst du nie wiedersehen. Janik, doch. Nein. Sie Glinde ist toll. Nein, Janik. Sperr auf. Nein. Sperr. Nein. Nein. Du musst nach Hause. Okay. Ich werde dich nie vergessen. Weiß er, glaubst du noch wie man Auto fährt? Oh. Nein. Oh shit. Ich fahr da hin. Ich weiß nicht. Nein. Er fahrt in den nächsten Waldschirm. Nein. Ja. Vielen Dank.